Einen wunderschönen guten Morgen hier die Gegend. Ich bin auf dem Fahrrad heute unterwegs und zwar mal wieder zu unserer Baustelle. Mal einmal nach dem rechten schauen und gucken was da gerade so läuft. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Musik Das geht ja sehr gut voran, alle sind fleißig am Arbeiten und das Ganze wächst und gedeiht bis zum Sommer noch und dann können wir einziehen.